Hallo meine lieben Englischschüler! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Thema Vokabeln lernen richtig angeht, sodass ihr effektiv und schnell Vokabeln lernt und euch so einen starken Wortschatz aufbauen könnt. Viel Spaß mit diesem Video! So meine Lieben, kommen wir zu sieben Tipps, die euer Wortschatz erheblich verbessern werden. Los geht's! Lerne die richtigen Vokabeln, und zwar abhängig von deinem Sprachlevel. Was bedeutet das? Viele von euch, die ihr Englisch verbessern wollen, besser werden wollen im Sprechen, im Verstehen, machen den Fehler, dass sie natürlich ihr Wortschatz aufbauen möchten, aber sich dann beim Vokabeln lernen irgendwelche Vokabeln herauspicken aus dem Internet. Oder holen sich Bücher, Vokabelbücher, und lernen dann direkt drauf los, irgendwelche Vokabeln. Und hier ist es wichtig, dass man sich erstmal darüber im Klaren ist, auf welchem Sprachlevel man sich befindet, natürlich auch, was man erreichen möchte, und dann die richtigen Wörter lernt, um halt auch sein Englisch richtig zu verbessern. Ich gebe euch jetzt mal eine grobe Richtung vor, was für ein entsprechendes Sprachlevel tatsächlich Sinn macht, zu lernen. Mal angenommen, ihr steht komplett am Anfang, habt noch gar keine Erfahrung mit der englischen Sprache. In dem Fall macht es tatsächlich Sinn, Vokabeln zu lernen im Bereich Begrüßungen, sich vorstellen, hallo, wie geht's, und halt einfach Vokabeln, die ihr benötigt, um Smalltalks zu führen. Das ist das, was ihr am Anfang braucht. Im nächsten Schritt, angenommen, das könnt ihr, macht es Sinn, in bestimmten Themenbereichen Vokabeln zu lernen, um halt auch sprechfähig zu sein in den bestimmten Themen, so wie es halt auch in der Schule beigebracht wird und so wie ich es halt auch auf meinem YouTube-Kanal zeige. Das sind dann so Themen wie Monate, Jahreszeiten, Wochentage, Vokabeln im Bereich Schule, Vokabeln im Bereich Beruf, um halt auch in bestimmten Themen etwas sagen zu können, um halt auch in die englische Sprache hereinzukommen. Wenn ihr aber diese Basis habt, ihr könnt die Themen oder ihr könnt ein paar Themen besprechen und ihr möchtet euer allgemeines Englisch verbessern, damit ihr mehr Worte versteht, mehr ausdrücken könnt, dann braucht ihr etwas anderes. Das ist das nächste Sprachlevel, um halt auch auf ein, ich sag mal, sicheres und souveränes Englisch zu kommen, dass man sich gut verständigen kann. Hier geht es darum, dass ihr Vokabeln lernt, die ihr sehr häufig braucht, die auch sehr häufig in der englischen Sprache zum Einsatz kommen. Und hier macht es tatsächlich Sinn, nach Wortarten tatsächlich die wichtigsten Vokabeln zu lernen. Vielleicht habt ihr auf meinem YouTube-Kanal ja schon die Playlists entdeckt. Beispiele, die 240 wichtigsten Adjektive und Adverbien oder die 200 wichtigsten Substantive oder noch besser, eine ganz heiße Empfehlung sind die 500 wichtigsten regelmäßigen Verben. Ihr werdet merken, wenn ihr euch diese Videos anschaut, das sind alles Wörter, die regelmäßig vorkommen in Gesprächen. Und ich kann euch empfehlen, schaut euch diese Videos an, schaut nach, welche Wörter ihr könnt und welche Wörter ihr nicht könnt und übt diese Wörter, weil die werden euch im Englischen wirklich nach vorne bringen, damit ihr noch mehr ausdrücken könnt, noch mehr verstehen könnt. Und das sind alles Vokabeln, die wirklich wichtig sind, die sehr häufig vorkommen. Und ich spreche da vollkommen aus Erfahrung, denn neben diesem YouTube-Kanal, viele wissen es von euch ja, arbeite ich auch als Englisch-Coach, um Erwachsenen dabei zu helfen, sicher Englisch sprechen zu können. Und alle, die genau diese Vokabeln gelernt haben, vertieft haben und einsetzen können, haben ihr Englisch massiv verbessert. Also heiße Empfehlung, um euer Englisch dann auf diesem Sprachlevel zu verbessern, ist, lernt diese Vokabeln. Ihr könnt auch gerne mit meinem Lernmaterial arbeiten, was ich immer in der Videobeschreibung verlinke. Ihr könnt euch dann quasi das Lernmaterial herunterladen, ihr habt das alles als PDF oder als Excel und könnt das dann richtig lernen. Also, ganz heiße Empfehlung. Und ja, das ist das, was ihr auf dem mittleren Sprachlevel braucht, um, ich sag mal, sicher und souverän sich unterhalten zu können, Alltagsgespräche führen zu können. Und wenn ihr das beherrscht, dann könnt ihr anfangen damit, das macht man dann etwas später, Synonyme zu bestimmten Begriffen zu lernen, um noch vielfältiger kommunizieren zu können. Beispiel, dass man nicht nur stupid sagen kann, was dumm heißt, sondern meinetwegen auch silly oder dumb, damit man sich vielfältiger verständigen kann. Und das macht man aber erst, wenn man die beiden anderen Level erreicht hat. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch damit beschäftigen, noch natürlicher zu sprechen, noch vielfältiger und noch schneller oder mit noch mehr Slang. So, das ist das, was ich euch hierzu sagen möchte. Ich gehe mal davon aus, die meisten möchten aber hier auf diesem YouTube-Kanal dieses sichere Level erreichen. Und deswegen empfehle ich euch wirklich, Vokabellisten zu lernen von Vokabeln, die man sehr häufig einsetzen muss. So, kommen wir zum nächsten Thema. Lerne die Vokabeln, wenn möglich, von Deutsch auf Englisch. Warum? Damit ihr das besser in Gesprächen einsetzen könnt. Denn genauso funktioniert euer Gehirn. Wenn ihr von Englisch auf Deutsch immer die Vokabeln lernt, was vielleicht am Anfang Sinn macht und was auch gut ist oder ausreichend ist, um Englisch verstehen zu können, seid ihr gut im Verstehen, aber ihr könnt es eben nicht so gut einsetzen, weil ihr das eben nicht trainiert habt. Deswegen ist es sehr gut, egal wie ihr lernt, ob mit Excel-Listen, mit Vokabelkarten oder mit irgendwelchen Vokabel-Apps, dass ihr von Deutsch auf Englisch die ganze Zeit lernt, damit ihr schnell übersetzen könnt, damit ihr schnell die richtigen englischen Worte parat habt. Deswegen hier nochmal der Tipp, lerne die Vokabeln von Deutsch auf Englisch und nicht andersherum. Denn nur so werdet ihr besser tatsächlich dann auch im Sprechen. Der nächste Tipp ist, spreche die Wörter, die Vokabeln, sowohl im Deutschen als auch im Englischen laut aus. Das Ganze hat zwei Vorteile. A, werdet ihr euch die Wörter viel besser merken können, weil ihr eben mit mehr Sinneswahrnehmungen arbeitet. Und das ist definitiv besser, als wenn ihr jetzt beispielsweise irgendwie auf dem Sofa liegt und euch irgendwie in einem müden Zustand die Vokabeln durchlest. Nein, setzt euch gerade hin, sprecht die Vokabeln laut, betont aus und ihr werdet merken, dass ihr euch das viel besser merken könnt. Und das Ganze hat noch einen zweiten Vorteil. Ihr trainiert auch die Aussprache dieser Wörter. Ihr könnt sie auch vergleichen mit den richtigen Wörtern. Hierzu mal direkt ein paar Tipps. Mein YouTube-Kanal ist ja dafür bekannt, dass ich sehr viele Vokabelvideos produziere. Und hier könnt ihr ja zum einen meine Aussprache mit eurer Aussprache vergleichen. Direkt. Übt gerne auch so die Vokabeln. Oder aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vokabeln habt, die ihr nicht in meinen Videos findet, geht auf die Seite leo.org. Leo.org ist eine super Internetseite, wenn es darum geht, Vokabeln zu recherchieren. Also es ist ein Wörterbuch, aber ihr könnt auch die englischen Wörter euch aussprechen lassen. Die werden in einer sehr guten Qualität von Menschen gesprochen und so könnt ihr sehr gut eure Aussprache mit der richtigen englischen Aussprache vergleichen und so auch in der Aussprache besser werden direkt. So habt ihr direkt die Vokabel gelernt und sprecht sie auch richtig aus. Und ihr merkt sie euch auch besser. Der nächste Tipp ist, bildet bei den Vokabeln zusätzlich noch einfache Sätze. Und dieser Tipp ist wirklich mächtig, denn dadurch werdet ihr nicht nur die Vokabel lernen, sondern ihr werdet auch lernen, diese Vokabel einzusetzen. Ihr werdet lernen, wo macht diese Vokabel in bestimmten Gesprächen tatsächlich Sinn. Und hier würde ich tatsächlich so vorgehen, wenn ihr am Anfang steht, bildet schriftlich Sätze. Am Anfang ist das recht kompliziert und später werdet ihr immer besser. Und beim Vokabellernen könnt ihr versuchen, wenn ihr dann die Vokabel lernt, im Kopf euch mal einen Beispielsatz zu formulieren. Und je häufiger ihr das macht, desto eher wird dieses Wort tatsächlich dann auch mal eingesetzt von euch. Weil nur weil ihr bestimmte Wörter kennt, sagen wir von Englisch auf Deutsch, heißt es noch lange nicht, dass ihr die auch einsetzen könnt. Auch wenn ihr sie von Deutsch auf Englisch könnt. Das ist schon schwieriger, weil ihr halt auch nicht diese Wörter regelmäßig einsetzt. Aber wenn ihr regelmäßig Sätze bildet zu dem bestimmten Wort, dann werdet ihr merken, dass ihr dieses Wort viel besser halt auch einsetzen könnt. Und euch so auch viel besser ausdrücken könnt. Deswegen ein sehr mächtiger Tipp macht, dass ihr werdet merken, wie sich euer Englisch verbessert. Und was ich euch auch noch als Tipp mitgeben kann, ist, dass ihr das gerne auch mit Grammatikübungen kombiniert. Schaut euch gerne auch mal meine Excel-Dateien an, also mein Lernmaterial. Da geht es ja darum, dass ihr die Vokabeln euch runterladen könnt und daneben auch einen Beispielsatz formulieren könnt. Also all das, was ich auch an Tipps gebe, könnt ihr in dem Lernmaterial umsetzen und kombiniert das mal mit entsprechenden Grammatikübungen. Beispiel, ihr holt euch die wichtigsten regelmäßigen Verben oder die wichtigsten unregelmäßigen Verben. Dann könnt ihr das super mit Zeitformen, ich sag mal, Übungen kombinieren. Und so verbessert ihr sowohl eure Grammatik als auch eure Vokabeln. Und der letzte Tipp ist, übt eure Vokabeln durch verteiltes und regelmäßiges Wiederholen. Denn nur so bekommt ihr die Vokabeln auch ins Langzeitgedächtnis. Und nur das macht Sinn. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid motiviert, für einen kurzen Zeitraum Vokabeln zu lernen. Seien es drei Tage, vielleicht auch mal ein paar Wochen. Aber ihr hört dann auf, neue Vokabeln zu lernen oder die Vokabeln zu wiederholen. Ihr werdet merken, dass ihr diese ganzen Wörter vergessen werdet. Und das macht keinen Sinn. Ein anderes Beispiel, ihr seid disziplinierte Englischlerner, aber ihr übt immer neue Vokabeln. Jeden Tag neue Vokabeln. Und ihr werdet merken, dass ihr nach einer gewissen Zeit die alten wieder vergessen werdet. Denn das Gehirn lernt nur durch Wiederholungen. Sorgt also lieber dafür, dass ihr weniger Vokabeln lernt, aber sie regelmäßig wiederholt. Und in euer Langzeitgedächtnis abspeichert. Es gibt auch eine Wissenschaft dahinter, welche Abstände da tatsächlich Sinn machen beim Vokabellernen. Ich glaube, dazu mache ich mal ein eigenes Video. Aber hier für euch ist wichtig, dass ihr die Vokabeln regelmäßig wiederholt. Und so dauerhaft abspeichert. Und auch einsetzen könnt. So, das waren mal so ein paar Tipps. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt so die wichtigsten 1000 englischen Wörter oder 2000 englischen Wörter, die man benötigt, um wirklich gut sprechen zu können. Und ihr habt sie langfristig abgespeichert. Das wird euer Englisch enorm verbessern. So, das war das Video zum Thema effektiv und schnell Vokabeln lernen, sich einen starken Wortschatz aufbauen, diese Vokabeln dann auch direkt in Sätzen einsetzen zu können und sich genau das Ganze auch langfristig zu merken. Genau das ist der Weg, der meiner Meinung nach dazu führt, dass ihr euer Englisch langfristig verbessern werdet. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Tipps. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Euer Englischlehrer. Euer Englischlehrer.